Moin Matze, HD! Schärfer als die Realität, da bin ich wieder. Und ich habe ein neues Video für euch, und zwar wie ihr jedes Logo von den T-Shirts auf ein anderfarbiges T-Shirt drauf bekommen könnt. Und wie das Ganze geht, erkläre ich euch jetzt in diesem Video. So, und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das genau macht. Und zwar, ihr begebt euch in euer Apartment und läuft dann in den Kleiderschrank rein. Ich probiere das Ganze jetzt mal mit dem neuen Meltdown-T-Shirt, damit ihr seht, dass es auch wirklich klappt. Und zwar sucht ihr das T-Shirt aus mit der Farbe, mit der ihr das haben wollt. Und dann geht es ja auf Oberteile in eurem Kleiderschrank im Apartment und sucht euch die passende Farbe von dem T-Shirt aus, auf dem ihr das Logo haben wollt. Ich suche mir jetzt gerade mal hier das rote T-Shirt aus, ziehe das an und gehe aus dem Menü wieder raus und bringe mich über das Interaktionsmenü einfach mal kurz selber um. Wenn ihr dann auf der Straße gespawnt seid, müsst ihr wieder zurück in euer Apartment gehen und wieder zum Kleiderschrank gehen. Und dort dann wieder das T-Shirt auswählen, wo ihr das Logo haben möchtet. Da gehe ich jetzt hier auf Oberteile, wieder auf Spezial-Tops. So, der Zusammenbruch. Und dort auf keinen Fall X drücken, sondern einfach nur so, dass ihr halt die Anzeige habt von dem T-Shirt. Danach müsst ihr einfach nur über das PSN-Menü irgendeinem Freund oder einem Random-Spieler beitreten in die Sitzung. Wenn ihr dann der Sitzung endlich beigetreten seid, seht ihr auch schon, ich habe das rote T-Shirt mit dem neuen Schriftzug Meltdown drauf. Und ich finde das halt richtig geil, weil ihr könnt somit wirklich jedes Logo auf jede Farbe von den T-Shirts drauf machen und einfach mehr Individualität mit ins Spiel reinbringen. Persönlich finde ich es richtig geil. Einfach, ja, weil manche Logos gefallen mir doch auf anderfarbigen T-Shirts mehr, wie das, was uns Rockstar gibt. Klitsch ist auf jeden Fall sehr geil. Mal gefunden hat dieser Klitsch World Finest Gamer. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall mal auschecken. Und was ihr eigentlich jetzt noch kurz machen müsst, um das wirklich zu speichern, müsst ihr einfach ganz normal in euren Kleiderschrank gehen, das Outfit abspeichern und dann habt ihr das T-Shirt auch. Also Jungs, ich hoffe es hat euch gefallen und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!